Ich fand es mega spannend, es war ein super Auftakt, um jetzt das Fest anzugehen und die 125 Jahre zu feiern. Ich freue mich auf dieses Event jetzt einfach. Es ist toll, zu sehen, wie das Gehirn funktioniert und zu verstehen, wie wir eine andere Sache mit dem Gehirn erreichen können. Es ist toll, zu hören, was wir hier in der Firma machen. Denn ich mache etwas ganz anders in der Arbeit mit Roche. Ich arbeite in der Kanzerimmunotherapie und nicht viel in der Neurologie. Es ist also toll, zu wissen, was sie in den anderen Bereichen machen. Es war echt cool und wir waren alle ganz schön aufgeregt. Energiert und wirklich verbunden. Es hat so eine Motivation und ein Krippeln in mir ausgelöst. Schön anlegen, das ist auch gut. Es ist relativ bequem. Es hat wie ein bisschen eine Europa-Bakke reingelt. So ein Fahrrad durch und dann irgendwie kommt plötzlich so 125 Jahre. Es war toll, tolles Erlebnis, ja. Es ist eine ganze Erfahrung. Es ist eine ganze Erfahrung. Man fühlt sich die Sonne und die Lichter, wie sie sich verändern. Es war ein Moment, als wir gehen. Es ist eine Immersal-Erlebnis. Man kann es auch in der Sonne fühlen. Es ist eine gute Erfahrung. Ich habe sehr lieb, wie die Neurons aufgerufen. Sie verstehen, wie sie interaktieren und sie Gedanken produzieren. Also, ja, ich bin schwechlos. Das ist alles, was ich sagen kann. Einfach Schwerelosigkeit erlebst, ja. Es ist einfach toll. Und das passiert ja nicht jeden Tag, ne. Ich finde das sehr geil. Gut gemacht, sehr gut gemacht. Und das passt genau mit, was wir erleben heute. Mega. Überwaltigend. Inspiration. Celebration. Es war fast ein bisschen zu kurz.